Wir sind Menni und Werner und reisen mit unserem Wunsch Menni. Wir reisen mit unserem Wunsch Menni. Aktuell befinden wir uns in Kanada, wo wir im April 2023 unsere Reise gestartet haben. Und es geht los! Das war alles andere als einfach super Kacke. Ich schätze, dass er jetzt irgendwie da zu viel Stress hat und dann gleich da abkratzt oder was auch immer. Also ich bin ganz ehrlich, freuen, dass ich jetzt gerade in Kanada bin, tue ich mich noch nicht. Also ich bin gerade einfach nur durch und ja, keine Ahnung, was wir hier gerade machen. So, es ist jetzt 10 Uhr 26, um 11 Uhr 20 ist Abflugszeit. Boarding geht jetzt los für Priority. Wir boarden dann auch demnächst morgen. Ich bin noch 25 Minuten ungefähr, soll es dauern. Und dann müssen wir landen und langsam auf Rehe. Die Sonne blenden hier. Ich muss hier echt eine Sonnenbrille nehmen. Ich weiß nicht, ich habe mich verbrannt hier. Die Sonne scheint richtig heavy. Und es liegt Schnee. 12 Minuten landen wir. Warnung. Und dann sind wir mal gespannt, wie das abläuft. Ich hoffe, wir können wirklich schnell das Video abholen. Wahrscheinlich müssen wir erst unser Geppäck holen. Ne? Was sagst du dazu? Wir sind jetzt in Kanada. Es ist 17.22 Uhr. Wir wollten eigentlich um 14 Uhr den Mietwagen holen. Den haben wir jetzt um 17 Uhr ungefähr geholt. 17.21 Uhr heißt, in Deutschland ist es 23.21 Uhr. Das heißt, wir sind ja um 9.10 Uhr kam Schmidi in seine Box. 9.10 Uhr kam Schmidi in seine Box. Und seit 40 Minuten darf er draußen pinkeln. Das Immigration Office, das Einwandern sozusagen, war alles andere als einfach super Kacke. Was aber auch daran liegt, dass wir schlecht vorbereitet waren, in dem Sinne, dass Melanie noch kein Visum hatte. Das Working Holiday Visum. Aber sie hat halt ihr ETA, also mit dem ETA kann man normalerweise einfach so aus privaten Gründen zum Reisen auch mal einreisen für ein halbes Jahr. Das wäre ja gar kein Problem gewesen. Nur, wir waren natürlich ehrlich und haben dem Beamten gesagt, wie es ist, dass Melanie halt auch das Working Holiday Visa haben möchte, dass wir zusammenreisen. Und da meinte sie halt, ja, das geht so aber nicht. Also normalerweise würde es gehen, aber da sie jetzt weiß, dass wir zusammenreisen und auch arbeiten wollen, geht das nicht. Hätten wir halt einfach nicht sagen sollen. Dann wäre alles gut gewesen. Und dann ging der Strasse los. Das war halt direkt nach dem Ausstieg. Schmidi hatten wir noch nicht bei uns sozusagen, weil er sein Gepäck holt. Dann erst danach erst mal das Immigration Ding und danach fangen wir es sein Gepäck holen. Und ja, der Flug insgesamt war Schmidi schon fast 10 Stunden alleine. Wir wollten natürlich einfach noch möglichst schnell zu ihm. Und dann sagt sie so, nee, du musst jetzt erstmal hier warten. Und das ging eine Stunde fast überhaupt nicht weiter. War ja so ewig gedauert. Und wir konnten Schmidi halt nicht mit hochnehmen natürlich. Natürlich konnte ich Schmidi auch nicht alleine lassen. Ich bin dann erst mal an den Hammer gesagt, okay, ich gehe jetzt erst mal runter, such Schmidi oder ruhig Schmidi. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Ich hatte halt zu dem Zeitpunkt auch noch mein Visum nicht sozusagen. Ich musste auch ins Immigration Office, hab dann erst mal eine Nummer gezogen. Und auch da hat es dann erst mal mega lange gedauert. Also da war Nummer 50 grad dran. Und jetzt komme ich hier nicht runter oder was. Ah, wir verfahren uns hier die ganze Zeit. Aber ist jetzt auch egal. Bin ich erst mal zu Schmidi, dann bin ich runtergegangen zum Gepäck. Dann musste ich erst mal gucken, ob kriege ich den Schmidi überhaupt. Finde ich den denn? Und ja, dann war der ja hier lang und da lang mit dem Flugfahren zu. Dann stand die Box da relativ verlassen. Einfach so, ja, bei der Gepäckausgabe am Laufband hinten. Keiner war da. Schmidi saß da ganz alleine in seiner Box. Als ich ankam, war er natürlich super gestresst. Also er lag auch nicht hier. Er war da im Sitz und hat gehechelt. Und ja, die haben sich in seiner Frau schenkt. Und dann war die Box aber noch mit Kabelbindern zu. Also das heißt, ich konnte ihn jetzt auch nicht direkt rausnehmen. Und hallo sage, ich durfte ihn sowieso nicht rausnehmen am Flughafen noch. Aber ich wollte trotzdem die Box halt mal aufmachen und ihm streicheln und hallo sagen. Wasser geben. Genau, Wasser geben. Das heißt, dann habe ich erst mal versucht, Schmidi da das Ding auf, die Kabelbinder aufzumachen. Das habe ich dann auch geschafft. Mit seiner Leiter irgendwie aufgedreht. Und dann habe ich mir erst mal Wasser gegeben. Aber ja, so doll hat er es auch nicht getrunken. Und ich werde wahrscheinlich viel zu gestresst. Auch wenn er Durst hatte. Musste ich halt auch irgendwie alleine lassen. Also ich habe da mit Meli mal telefoniert, wie die Sache ist. Und dann muss ich auch immer wieder hochgehen. Sie muss mir noch die ganzen Dokumente geben, die ich brauche. Und wir wussten jetzt gar nicht, wie viel weiter vorgehen soll. Wir wollten eigentlich Schmidi irgendwie schnell rausbringen. Aber ich wollte Meli natürlich auch nicht alleine da lassen. Und ich war da ja eigentlich wie gefangen. Also ich habe mich wirklich wie eine Kriminelle gefühlt. Stimmt, sind wir jetzt auf dem Weg gerade zu irgendeinem Hundeshop, weil den, den wir uns ursprünglich rausgesucht haben, bei uns um die Ecke, der hat halt nur bis 18 Uhr auf. Und mittlerweile ist es 17.29 Uhr. Und wir schaffen das nicht mehr zu uns nach Hause. Und ich würde jetzt bitte gerne Schmidi auch was zu essen geben. Weil das mussten wir ja alles in Paris lassen. So. Leckerlis hat er auch noch nicht bekommen. Na wie gesagt, wir sollen hier langfahren. Die Straße ist aber wie spät. Also wir sind maximal genervt. Ja. Ich denke, wenn das Schmidi sich dann irgendwann wieder beruhigt. Und, naja, der Mist kann man auch später erzählen. Das war jetzt voll die ersten Eindrücke. Auch wenn wir gerade gar keine Lust haben. Video und so weiter. Aber das müsste jetzt einfach raus und festgehalten werden. Also ich bin ganz ehrlich. Wenn wir mich freuen, dass ich jetzt gerade in Kanada bin, tue ich mich noch nicht. Also ich bin gerade einfach nur durch. Und ich will eigentlich meinen Hund jetzt nur richtig verwöhnen. Und, ja, keine Ahnung, was wir hier gerade machen. Ich weiß, es klappt nicht. 時aligen Zettel ohne mich schmieden... Ich würde mich einfach nur dringend sagen. Ich würde auch richtig ausprobieren, wenn wir dann keine Ahnung. Von innen sind wir schon losgibb. Und du kaufst den umas an mich ... Und du kaufst den wunderschön. Und du kaufst? Also wenn du kaufst den wunderschön. Ich würde mich nicht an Master für mich. Für mich und mich. Ich würde mich und mich. Kaffel firm mich. Ich würde mich. Und mich die Criseste rum. Ich würde mich. Der erste Spaziergang ist Donnerstag, der 13. April. Heute soll es 20 Grad werden. Hier liegt zwar noch überall Schnee, aber gerade ist es schon ganz angenehm, wenn man mit Jacke unterwegs ist. Aber man merkt schon, dass es heute warm wird. In der Sonne kann man die Jacke schon ausziehen, theoretisch. Schnee genießt die Freiheit. Nach gestern lange Zeit im Käfig in der Box. Der muss erstmal alles erschnüffeln. Hier links und rechts ist noch ziemlich tief Schnee. Jetzt ist er gerade wieder eingebrochen. Ich bin auch schon eingebrochen. Meli steckt auch schon ein bisschen im Knie. Oh, und Schmini hat wieder Häufchen. Das nehmen wir natürlich live auf. Ein bisschen tief was. Hallo. Hi. Wir sind jetzt hier in unserem Happy Beer. Jetzt kommt die Room Tour. Jetzt ist der Flur. Dann haben wir hier ein Stabzimmer, das wir gar nicht benutzt haben, nur als Staubon eigentlich. Schön eigentlich nicht mehr. Dann gehen wir den Flur lang. Die Tür ist verschlossen. Da geht es wahrscheinlich nach oben. Oder Postbund. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Das zweite Schlafzimmer. Hier haben wir genächtigt. Hier haben wir eine kleine Abständkammer. So kleine Wohnen hier noch rein gebaut wurden. Hier haben wir Tür über den Flur rüber. Dann haben wir jetzt ein paar Zimmer. Ganz schön eingerichtet alle. Hier haben wir hier eine schöne, große, geräumige Küche. Große Kühlschrank, wie man es kennt. In Kanada, USA. Da steht drin. Hier habe ich alles verbraucht. Der Ufen hat hier auch so ein Wasserhahn über dem Herd. Da kann man die Töpfel direkt verpüren. Ganz praktisch. Ich habe hier so einen alten Ufen, der es nicht mehr gebraucht ist. Der hat nur optische Zwecke. Und kleine Konjunktion. Ich habe hier das Esszimmer. Ich habe hier viel Zeit verbracht. Schön, dass man am Laptop gearbeitet hat. Noch schöne, gute Fenster. Außen im Garten haben wir noch noch ein paar Hähnchen. Und Frutäne. Hier haben wir noch ein paar Hähnchen. Schmitte. 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 Schmitte, ey. Wir haben jetzt eine Einreise nach Kanada. Und wir mussten tatsächlich erstmal ein bisschen alles sacken lassen. Und ankommen im Hier und Jetzt. Und danach ist uns tatsächlich dann auch aufgefallen, dass wir gar nicht aufgelöst haben, wie es am Ende dann doch geklappt hat, dass wir beide hier in Kanada jetzt sein dürfen. Und zwar, also mein Prozess, mein Bewerbungsprozess von meinem Visum, der war eigentlich schon am Endpunkt angekommen. Das heißt, ich habe alles schon gemacht, was man machen muss. Ich habe nur noch darauf gewartet, dass ich die offizielle Zusage bekomme. Also ein Letter of Introduction heißt das, glaube ich. Ja. Genau. Und mit diesem Letter of Introduction gehst du dann, wenn du hier ankommst im Land, in Kanada, zur Immigration, zeigst das vor und dann bekommst du dein Visum. Und dieses Zettelchen hat mir tatsächlich noch gefehlt, was ich dann aber wieder Schicksal so wollte, Glück im Unglück, irgendwann an diesem Tag, am 12.04., als wir hier in Kanada saßen, bekommen habe. Also ich saß da in diesem Büro, in diesem separaten Gefängnis, nenne ich jetzt mal, und da kam mein Letter of Introduction. Genau. Also Glück im Unglück, muss man echt sagen. Also wenn das nicht gekommen wäre, dann säßen wir heute noch da gefühlt. Sind dann wieder zur Zoll, äh, ganz Beamtin gegangen und gesagt, hier ist es jetzt gerade gekommen tatsächlich, denn da weiß. Und dann, äh, hat sie das netterweise dann auch mit denen geregelt und sagte, hier, sie kann dann doch rüber in das normale Immigration Office. Ähm, also war sie dann bei aller Strenge doch noch ganz nett am Ende. Aber sie meinte auch, äh, you were very lucky, dass das jetzt noch gekommen ist, ne? Ja. Also wir haben echt super Glück gehabt. Ja. Genau, das wollte ich nochmal nachschieben, weil wir das damals vergessen hatten zu sagen. Und ja, dann haben wir es dann doch noch geschafft. Hat zwar deutlich länger gedauert als geplant, für Schmidi war es stressig, aber... Was wollte ich nochmal sagen? Achso, ja. Genau, zu Schmidi wollten wir noch sagen, dass der, ja, wie gesagt, halt sichtlich gestresst war am Flughafen noch. Als wir draußen waren, war er schon deutlich entspannter. Da konnte er das erste Mal rausgehen und sich auch, äh, erleichtern. Und ich sag mal, so zwei, drei Tage später war es schon wieder wie normal. Und man hat es am Anfang noch ein bisschen gemerkt, dass es ihm zugesetzt hat. Aber die aller spätesten der Woche war es schon wieder 100% normal. Ja. Das wollte ich nochmal zu sagen. Und ja, der ist happy, dass wir, genauso wie wir, dass wir jetzt hier in Kanada angekommen sind. So. So. Es geht. Erster Tag eigentlich, erster richtige Tag. Und was machen wir? Wir gehen jetzt erstmal unseren ersten Warm-Up-Besuch abstatten. So. Geilstes Wetter. Wir hatten erstmal ein Problem, hier unsere Klamotten auszuwählen, ne? So. Ich hatte keine Probleme. Ich, ja. Ja. Weil, ähm. Ist ja klar. Weil, ähm. Nie getragen zu Hause. Chelsea. Trikot steht aber Werner hinten drauf. Ist ja mein Name. Das sieht man natürlich jetzt nicht mehr. Weil die Leute direkt wissen, wer ich bin. Ja. Eigentlich hat Werner auch unschlüssig. Weil, er hat weiße Sneakers von, also Chucks hat er an. Joy-Hose, ein T-Shirt drunter, ein Trikot und so eine dicke Winterjacke drüber. Ein perfektes Outfit. Naja. Ich hab meine luftigen Sneakers an und ähm. Jetzt ist es auch alles warm. Und jetzt? Gehen wir zu Wormat! Oh Gott! So. Bring it. Ah, die Ami-Autos pupsen, die hupen ja immer. Hä? Die Ami-Autos hupen ja immer, was sag ich. Ja. Und jetzt? Wir haben alle noch eine Infektion passiert? Alle gucken uns komisch an, weil wir uns selber, weil wir Videos machen. So, das war die erste Frage, die Kontelle. Brauchen wir einen Chip? Ich glaub nicht. Auf jeden Fall sind es 13 Grad, in der Sonne gefühlt schon 20. Eine dicke Winterjacke ist unnötig, aber ich spekulier mal drauf. Ich spekulier mal drauf, dass die drinnen das ein bisschen thematisiert haben. Helft mir das? Nein. Jetzt filmen wir die Umgebung. So sieht das aus wie gerade die Umgebung. Genau. Wir sind übrigens Viertel nach zehn ungefähr. Wir sind seit fünf Uhr wach. Jetlag lässt grüßen vorhin gegen halb zehn im Bett oder so. Ich bin immer schwer. Oh, die sehen ja geil. Die haben wir ja in Deutschland. Was ist das? Mehr Zardau. Wie es hier heißt. Und umsonst, wie eben... Oh, der da oben. Zwei neunäachtig. Das geht aber. Um was zu tun. Sie heißt Kutte. Das ist alles. Oh, sweet home. Oh! Schwillig. Schwillig? Papa! Hopp! Jaaaa! Good boy! Good boy. Oh Gott. Das ist ganz nah dran. Servus. Melli ist hier gerade im Dollarama. Eine Empfehlung von ihrer Freundin ist so ein Ein-Euro-Laden. Sowas wie Teddy oder sowas in der Art. Da habe ich sie jetzt alleine reingelassen mit Geld. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber ja, Hunde dürfen nicht mit rein. Deswegen laufen wir jetzt mit Schmidi hier ein bisschen rum. Das sind eigentlich ganz nette kleine Läden. Und auch große Läden. Und das ist ja auch so ein Ami-Parkplatz, wie man es sich vorstellt. Auch wenn wir in Kanada sind. Ich finde, das hat hier schon sehr viel Ami-Flair. Zumindest so, wie ich mir das vorstelle. Weil Melli hier auch erzählt hat, dass viele... Blockbuster und so weiter. Auch in Kanada gefilmt werden und man deswegen vielleicht auch ein bisschen... ...die Vorstellung hat, dass es so in Amerika überall aussieht. Aber wahrscheinlich ist es auch einfach sehr ähnlich. Gucken, ob ich dieses Video ins Video mit aufnehme. Weil ich labere ganz schön viel Scheiße gerade. Ne Schmidi? Oder? Hashtagst du. Jo. Hallo, wir machen gerade einen kleinen Spaziergang durch diese Stadt, in der wir gerade zwei Wochen wohnen. Santa Garte Montt! Ja, das soll es ja auch nicht hoch werden. Wir haben gerade so eine Kirche entdeckt. Einer auf Notre-Dame, sag ich mal. Werden ja zwei Germans, klar. Jetzt fliegt die Straße runter, das sieht ganz cool aus mit den Straßenlaternen und so. Es ist einfach mega heiß, ey. Es sind 20 Grad, in der Sonne gefühlt. Aber noch fette Schneeschichten. Es fliegt noch Schnee, weil es ein dicker Schneedecke war. Aber es ist warm. Ich will auch nicht so ein T-Shirt und meine Hose ausziehen. Anders spende ich mich hier wahrscheinlich ein. Wie findest du das, Schmidi? Fällt dir das, ja? Super! 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 Ich bin jetzt gerade zum See gegangen. Na, St. Agathe de Mons. Und ich habe jetzt eigentlich einen See erwartet natürlich bei dem See. Aber, ist ja ganz gut, weil jetzt hier schon 20 Grad sind, zwei Tage in Folge. Aber der See ist immer noch zugefroren. Kann den wahrscheinlich nicht mehr betreten. Der taut schon ganz schön auf. Da ist einfach eine riesen Schneeplatte vor uns. Auch ganz schön. Nichts Bock darüber zu laufen oder mit einem Schlitten rüber zu fahren. Oder sonst. Kann das wohl nicht gehen. Ich glaube, er wird nicht von meinem Sonnenbrand fahren, oder? Ja, wahrscheinlich von meinem Sonnenbrand. Ich weiß nicht, wie stark die Sonne hier ist. Wie das Ozonloch hier in Kanada. Wahrscheinlich nicht so sehr. Aber die erste richtige Sonne dieses Jahr. Und dann direkt auf die weiße Haut. Das ist natürlich schlimm. Ich will mich da rumjammern. Wir genießen jetzt hier noch ein bisschen die Sonne. Richtig schöne Liegestühle hier gefunden. Und dann gehen wir gleich nochmal weiter. Achso, ist schon wieder hoch? Ja. 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 Aber die Straßenverhältnisse sind ausbaufähig, sag ich mal. Ja. 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 Wir haben es mit den Straßenregeln auch nicht groß auseinandergesetzt. Aber ich nehme davon aus, dass das meiste selbst erklärt. Also bisher auffällig war es, dass in Wohngegenden oder so in der Stadt, ich meine jetzt nicht auf den Highways oder so, dann gibt es sehr viele Stoppschilder. Ist das so? Ja, recht viele Stoppschilder. Wie viele denn so? Erzähl doch mal. Ja, also eins pro Kreuzung. Kann man schon mal vorgucken. Eins pro Kreuzung? Hm. Und zumindest. Und dann muss man tatsächlich anhalten. Das machen wir auch. Und Stoppschild hält man natürlich auch. Und in Deutschland natürlich. Klar. Das ist eine normale Kreuzung, wo du alles sehen kannst und siehst das links und rechts her, wo du kommst. Trotzdem bremst sie immer ab. Und wenn du auf dem Passant bist und auf dem Gehweg stehst, das auch nur so aussieht, und wie das, wolltest du die Straße überkehren, dann halt die Autos vorderen. Das heißt, es muss, egal ob das Zebra-Stahl ist oder nicht, die halten einfach mal ab und dann vorlassen. Was natürlich sehr nett ist. Aber ich mag ja auch ein bisschen nervig sein, wenn man einfach nur stehen und bei immer. Kann ich lieber überwählen, halt nicht trotzdem. Aber ja. Das haben wir ein bisschen mitgenommen mit dem Straßenverkehr. Es scheint mir hier viel zu leise. Ja. 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 Das ist ein Biba, oder? Das ist ein Biba. To be was a better than one. Das ist ein Biba. Tschüss Biba. Das ist ein Biba. Das ist ein Biba. Schön. Ich kann es noch ein bisschen sehen, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020